was geht ab leute wir wollen erst mal unseren durchbruch ab ist relativ früh ich bin hier in einem gebiet in dem ich eigentlich nie bin in leim habe hier ein dioxys x-ray verteidigungsform zum ersten mal bin gespannt und bin gespannt was hier rauskommt kann die wp und iw nicht ausländisch wir müssen uns überraschen lassen ich habe heute drei dioxys x-rays habe hier auch ein paar handys von kollegen am start war es donnerstag die leute sind arbeiten war ich natürlich viel glück viel erfolg 1299 bis 100er exzellent und okay 100er wäre schon saftig und direkt zweiter satz weg damit auf geht's so eine menge leute am start wir haben uns mal nach ewigkeiten wieder in gruppen aufgeteilt war lustig so nostalgie ich bin der angeschlagen ich warte auf den christian eine menge stops drehen um mich wieder zu heilen so los geht's wir sind zehn gäbe das sollte kein problem sein naja sogar gänga steckt eine menge einfach nicht mal so geht schon ich habe keinen freundschaftsbonus neues gebiet unbekanntes gebiet kein hier drin mit extra das sind vier bälle die mir fehlen wenn die arenas gelb und jetzt teambonus sollte schon hinhauen leider nicht mehr durchgekommen kann man mal auslöchen vor allem wenn man so verletzt hat wie ich jetzt habe ich verpennt also halt es nicht mehr durchgekommen schade ich versuche dass der überlebt schauen wir mal und geschafft zehn leute hälfte der zeit dazu fünf wäre machbar gewesen 12 66 einfach die 6 umdrehen dann wäre es der hunderter gewesen naja schauen wir mal wie leichter zu fangen ist bisschen zu hoch bisschen zu stark genauso also werf ist ok muss halt jetzt nur noch drin bleiben bleibt er jetzt drin jetzt bleibt er drin ach so es gibt kein neuen eintrag wir sind bereit leute alle rein Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 So, schauen wir mal. Vielleicht für irgendeinen anderen noch, den Hunderter? Uh, 12.30, das könnte das Schlechteste sein. Der könnte echt richtig, richtig schlecht sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Direkt erster Versuch mit Gold ist er drin geblieben. Das war's, glaube ich, Leute. Fazit zu Hause. So, das war's von mir, Leute. Und von den Dioxys X-Rays. 100% Verteidigungsform. Richtig saftig. Jetzt kommen wieder ein paar... Der ist doch nicht so gut. Dioxys ist doch nicht so gut. Digga, mir egal. 100%, man. Und am Ende noch ein kleiner Fehler. Bevor jetzt wieder ein paar... Möchtegern Detective Collins von euch kommen. Der ist nicht mit dem ersten Ball, ersten Wurf drin geblieben. Ich hab gesagt, mit der ersten goldenen Berge. Weil ich dachte, ich hätte die ganze Zeit Silberneil verwendet. Mir ist sich aufgefallen, dass ich beim ersten Wurf Goldneil verwendet habe. Deswegen hab ich gesagt, der erste Ball, wo Goldneil geworfen wurde, drin geblieben. Stimmte aber nicht. Ich hab beim ersten Mal Gold geworfen, ist nicht drin geblieben. Und dann hab ich die ganze Zeit nur Silber gemacht. Und dachte die ganze Zeit, ich hätte nur Silber gemacht. Nur so ein kleiner Hinweis, bevor wieder ein paar. Möchtegern Detective Collins da irgendwas ablassen. Dass ich so tue, als hätte ich den mit dem ersten Ball gefangen. Ich hab mehrere Bälle gebraucht. Diese Form Dioxys war sogar relativ schwer zu fangen. Ist nicht immer gleich drin geblieben. Abgesehen von meinem Hunderter. Das war's von mir, Leute. Schreibt in den Kommentaren, wie es bei euch so lief. Habt ihr euch jetzt schon ein Dioxys Verteidigungsform gegönnt? Und wie gut war er? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokemon is your business.